Hallo zusammen. Diese Dekoschale habe ich vor ein paar Wochen einfach mal so aus lauter Lust und Langeweile zusammengeschmissen und meinen Besuch fand den aber so schön, das habe ich jetzt von mehreren Leuten gehört, dass ich mir dachte, gut, dann mache ich ein Video drüber. Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und dann wollen wir jetzt mal starten. So, als erstes die Großschale habe ich von Depo. Die finde ich ganz cool, weil da auch mal wenigstens viel reinpasst. Dann habe ich einmal so weißen Dekosand, dann solche Kastanienähnlichen Gebilde, bisschen Moos, so einen kleinen Eimer hier, drei Ästchen und dann noch ein paar Grünpflanzen. Und als erstes würde ich jetzt den Sand in der Schale verteilen. Also Sand, Kiesel, Steinchen, wie auch immer. So, erstmal das. Dann habe ich für die Pflanzen jetzt hier noch so kleine Übertöpfchen rausgesucht. Dann kann ich die schon mal hier hinten platzieren. So. Und dann habe ich hier in das Eimerchen eben so ein bisschen Moos reingetan. Und dann habe ich hier in das Eimerchen eben so ein bisschen Moos reingetan. Und dann kommt das hier vorne so praktisch in die Mitte. Und die Kastanien dazu. Und so schnell ging das. Und jetzt ist sie auch schon fertig. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, bei mir im Kanal unten auf das kleine Abonnieren drückt. Dann könnt ihr meine Videos immer direkt sehen, wenn ich ein neues hochlade. Und dann bleibt mir noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Dann geht's. 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 Vielen Dank.